Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Magic Ball 3. Mit schönen Legs. Boah. Na gut, jetzt ist es wieder ein bisschen schneller. Ja, jetzt geht's wieder. Nein, doch nicht. Wenn man mal sagt, dass es geht, geht's nicht. Was Blödes. Boah, ist damit lahm. Wartet mal einen Moment. So, ich bin dann ja totgegangen, dass aus irgendeinem Grund, Escape weggegangen ist. Ich hab keine Ahnung warum. Boah, und irgendwann muss es doch liegen, dass es ein bisschen wärmer ist. Damit jetzt geht's. Einigermaßen wieder. Jetzt hab ich wieder's gesagt, jetzt ist es wieder lahm. Ist auch irgendwie klar. Oh, naja. Oh, naja. Wollen wir den Spiel mal den Spaß lassen. Ah, jetzt sind die Totenköpfe. Das wäre jetzt irgendwie... ...total blöd. So viele Wasserfälle... ...die nichts bringen eigentlich. Oh, jetzt ist wieder ein Ball weg. Oh, wir holen gleich mal einen Nachschub. So, jetzt geht's wieder. Einigermaßen. Oh, diesmal passiert doch nichts. So. Oh, oh, ich bin blöd. Ich mach Stachelball. Mach's wieder normal. Ich blöd. Nur mir hier passieren. So. Schläger vergrößern. Und ich nehm heute gleich mal... ...mehr Folgen auf. Also länger. Da ist eigentlich für mich gerade so Bock drauf... ...aufzunehmen. Und Star Wars, die die kennen mich... ...warte ich schon gestern auf Grimmsing. Mache ich heute... ...nach die Bäume weiter. Ich muss ja auch irgendwann zu Ende gehen. Und wir haben noch ein Leben. Oder zwei. Glaub ich. Das kein Leben wird mitgezählt. Oh, oh. Oh, das war knapp. Das war knapp. So, wir schießen mal auf die kleinen Affen. Ich weiß nicht warum. Na, na, na. Ah, Glücker. Ah, nein. Oh, ich wollte das nicht haben. Ich wollte das andere. Scheiß. Das wollte ich auch nicht euch haben. Egal. Ich schieß mal auf. Der Hintenball ist kaputt. Oh, geil. Großer Ball. Ah, die Bombe sah mich glaube ich nicht ein. Ist der Ball kleiner oder nicht? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich sah mich lieber nicht ein. Starre Ball ist so viel geiler als kleiner Ball. Äh, großer Ball. Großer Ball. Kleiner Ball. Baum fällt. Das Wasser. So, erstmal hab ich alles durch. Wir haben mal voll den übelst großen Schläger. Das find ich geil. Oh, wie viele Totenköpfe kommen hier. Das ist ja voll komisch. So. Das ist ja voll... Da. Mit Heroin. Der macht mir links oben die Ecke noch kaputt. Hoffe ich mal. Nein. Die Affen machen komische Geräusche, wenn ich so berühre. Eins weiß ich bis jetzt noch nicht. Wozu sind oben in den Ecken die Anker da? Die machen doch gar nichts. Oder können die was, ich weiß es nicht. Aber die kann man nicht zerstören. Vielleicht ist es ja auch eine Idee, aber keine Ahnung. Wir machen den Ball mal langsam, damit wir den besser bekommen. Vielleicht mache ich heute wieder ein Musikvideo, mal gucken. So, wir sind Level 18. Das müsste auch bald schon das Ende vom Kapitel sein. Dann mache ich da erstmal einen Schnitt, glaube ich, oder? Oder soll ich einmal ganz durch aufnehmen? Ich mache einmal ganz durch. Weil sonst passt das Ende von den Folgen ja nicht. Zeit, egal. Oh, ich kriege ein extra Leben, das ist nicht gut. Gut. Äh. Drei Bälle. Fuck. Schau mal. Erstmal Affen zerstören. Na, warum gehen? Ich dachte schon, warum geht der nicht? Oh. Oh. Das andere. Ach, der ist da drüben. Gut. Das muss er jetzt da drüben. Ach, der ist lord範围. Baikum. Arsch, Ha Korbohm. Na ja. Super. G Horn. die armen voll von den haien ab angegriffen und sie lachen dreckig das geile ist man kann voll die haie durchschneiden kann man nicht das ganze fleisch ziemlich geil wie man bam schießen mal alles kaputt das regel kaputt schießen die haie durchtrennen so erstmal wie das aussieht da ist auch kaputt schon beinahe alles geschafft den hammer so ein level 20 glaube ja es gibt bei jedem kapitel 20 es gibt vier 20 wir haben in vier folgen ein kapitel geschaffen zwar ungefähr 15 16 folgen dann im dreh und wenn ich schnell bin dann halt 15 oder so keine ahnung ungefähr soviel folgen also so lange wird das auch nicht mehr sein so 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 Na, ich mach mal die linke Ecke kaputt, oh oh, knapp, ich mach mal die linke Ecke kaputt hier. So, das wird uns erstmal 30 Sekunden lang helfen, dieses Netz. Ich denke mal in 30 Sekunden oder 20 Sekunden werden wir das Level auch schaffen. Hoffe ich mal. Und wenn ich diese scheiß Sachen nicht kaputt kriege, dann kann das doch schon nicht dauern, oder? Ich hab so wenig Sachen noch und ich schaff das verdammte Level nicht. Na, gut, doch nicht. Ich schließe das erstmal kaputt. Kaputt. Ja und wir haben das Level geschafft. So, das ist das erste. Ne, doch nämlich. Achso, ich dachte schon, aber das ist... Ja, doch Level 21. Sag ich erstmal, mach erstmal Gott den Cut und wir sehen uns gleich wieder. das ist der Sommer wo auch drin. Bis zum nächsten Mal.